Du wirst es kaum glauben, was ich heute für dich enthüllen werde. Es geht um Donald Trump, Barack Obama und eine mysteriöse Gestalt, die im Verborgenen agiert, den geheimen Hohenpriester der Gegenseite. Was steckt wirklich hinter den politischen Kulissen, was geht da vor und welche unsichtbaren Mächte spielen hier eine riesengroße Rolle, von denen wir bisher nur ahnen konnten? Was ist es, das nicht gesagt werden darf? Halte dich fest, denn diese Enthüllungen können dein Weltbild erschüttern. Und bist du jetzt bereit für die Wahrheit, die dir bisher verbeugen blieb, dann bleib bis zum Schluss dran. Bevor wir jetzt in dieses brisante Thema einsteigen, möchte ich dich noch auf unser Aura-Chirurgie-Seminar aufmerksam machen. In Gießen-Wiesig wird es sein und ich werde da persönlich anwesend sein und du bekommst die neuesten Techniken aus der fünften Dimension, wie man über Aura-Chirurgie heilen kann. Ich werde dort persönlich sein und es wird auch für Anfänger möglich sein, diese Übungen und Techniken auszuführen. Und du wirst sehen, es wird dir so viel Spaß machen und du wirst so viel dabei lernen. Unter dem Video ist der Link. Melde dich noch an, es sind nur noch ein paar Plätze frei. Jetzt zu unserem Thema Trump. Trump versuchte man ja in der Vergangenheit jetzt schon zweimal umzubringen. Und der zweite, ich möchte jetzt nur von dem zweiten Attentat sprechen, und zwar von diesem Hintergrund. Denn da gibt es schon einen Hintergrund, der dich verblüffen wird. Denn er hat öffentlich gesagt, öffentlich den neu gewählten Hohenpriester mit Namen genannt. Und John F. Kennedy hat schon damals immer gesagt, es gibt Wahrheiten, die uns nicht gesagt werden. Und in Washington gibt es sehr vieles, was nicht gesagt wird. Und dass der eigentliche Machthaber der Illuminaten jetzt erst gewählt wurde, sollte eigentlich geheim bleiben. Jedoch hat jetzt halt Trump davon öffentlich gesprochen. Und er hat in einem TV-Duell gesagt, also dass das Obama sei, Barack Obama. Und er hat es nicht so deutlich gesagt. Aber, denn es wurde gesagt, du folgst ja nur Husein. Damit meinen sie Saddam Hussein und den Hohenpriester Obama. Und damit hatte er tatsächlich viel zu viel gesagt. Und seitdem versucht man, ihn zu erschießen. Das heißt, sie möchten ihn gerne abschaffen, damit auf jeden Fall Kamala Harris die Wahl gewinnen wird. Und es wird sehr spannend im November. Aber allerdings muss man verstehen, dass die Leute wie Trump, damals war er, er war ja schon mal Präsident und in verschiedene Sachen sowieso verwickelt sind. Also alle Präsidenten. Und auch sein Großkousin, ich habe es auch schon mal erwähnt in einem anderen Video, hat ja damals die Unterlagen von Tesla an sich gebracht, als der gestorben war und hat also da sich auch irgendwie bereichert. Also auch das liegt in der Familie. Und es gibt keine Familie aus den Regierungskreisen, die nicht mit in dieser ganzen Geschichte, also des Hohenpriesters der Illuminaten, nicht da drin stecken. Und es kann natürlich, es könnte auch sein, dass man trojanische Pferde da mit hineinbringt. Aber letztendlich ist es ja so, dass ein Präsident ja eingeweiht werden muss in die Dinge, damit er mitspielt und dann auch unter Druck gesetzt wird, etwas zu tun. Und die Illuminaten sind ja diese Liga, die alles kontrollieren. Und deswegen muss ein Präsident da spuren. Ja, und man kann auch das Wort Lobby verwenden für all diejenigen, die noch nicht so sehr involviert sind in dieses Thema. Und die Lobby, das ist einfach diese Illuminatenvereinigung, die angibt, was gemacht wird. Und jeder Präsident muss sich mit dieser Lobby, mit diesen Hintergrunddrahtziehern auseinandersetzen. Und es gibt nicht, dass niemand davon bewusst hat. Und deswegen ist im Moment eine ganz, ganz kritische Zeit. Ja, denn der Mossad, und ihr habt es vielleicht mitgekriegt, das ist viel spannender als jeder Grimmi, was hier im Moment in der Weltgeschichte geschieht. Und wenn man sowas behauptet hätte, was da geschah, hätte jeder gesagt, du hast ja einen an der Klatsche. Du bist ein Verschwörungstheoretiker. Und es geht ja hier um die Sache mit den Pagern. Man könnte auch walkie-talkie dazu sagen. Ja, sie erkennt, diese Pager sind kleiner. Und die waren also jetzt tatsächlich von namhaften Herstellern mit Sprengstoff, alle gefüllt mit TNT. Und ich kenne mich da nicht so aus, bin dafür kein Experte. Aber diese Sprengstoffe wurden dort heimlich integriert und wurden dann alle zur gleichen Zeit gezündet. Überlegt euch mal, was hier alles in Bewegung ist. Und was hat das jetzt für einen Effekt auf uns? Stellt euch vor, diese Pager sind in Krankenhäusern explodiert, in Altersheimen, überall, wo jemand so eins hatte, was da geliefert wurde. Und die Folge für uns ist, dass die Spaltung immer größer wird. Und je mehr die Menschen gespalten sind untereinander, umso leichter kann man sie beeinflussen und Macht ausüben. Und das ist einfach der Sinn dieser ganzen Sache. Und denkt nur daran, dieser Plan mit den Städten, wo es also Extra-Zonen geben wird, was planen die? Es heißt ja noch lange nicht, dass die das schaffen werden. Aber das ist deren Plan. Und ich erkläre ja auch heute nur die Hintergründe und was der Sinn ist dieser ganzen Sache. Wo also die Menschen nicht mehr als 15 Kilometer Spielraum haben und darüber hinaus nicht in den Städten verkehren dürfen. Das ist aber ein anderes Thema. Es ist bloß das eine, und das hatte ich auch vor ein, zwei Jahren schon mal in einem Video gesagt. Es werden sich Gruppen bilden, die zusammenpassen. Also alle Spirituellen werden sich finden und in einer großen Gemeinschaft leben. Aber auch alle Rechten, alle Linken werden verschiedene Gemeinschaften bilden. Ich sage das jetzt nur mal so, damit ihr ein Bild habt. Es wird also viele verschiedene Gemeinschaften geben, die sich bilden. Und dadurch wird die Teilung immer extremer auch. Und die Menschen noch mehr können dadurch beeinflusst werden. Das ist so dieses Ziel. Und wichtig ist zu wissen, dass wir das alles wissen, damit wir entsprechend reagieren können. Und das Reagieren hat was damit zu tun, dass wir also durch sehr große Meditationen, durch sehr großes Treffen von Menschen, die spirituell denken, die zusammenwirken, sehr viel in der Energie bewirken können. Und je mehr diese Liebesenergie und Friedensenergie, die von uns ausstrahlt, auf die Erde kommt, umso schwieriger wird es die Gegenseite haben. Egal, wer jetzt der Hohepriester ist. Und noch was zu Obama, wenn du dir überlegst. Obama wird ja sehr geliebt. Er hat so, und, und, obwohl er so viele Menschen getötet hat, wie kein anderer Präsident, wird er geliebt. Er hat mehrere Länder zeitgleich bombardiert. Und er hat zum Beispiel bei Hinrichtungen online zugeguckt und applaudiert. Und diesem Menschen ist während seiner Amtszeit der Friedensnobelpreis übertragen worden. Und warum hat man das gemacht? Damit die Menschen meinen, er ist für den Frieden. Man hat ihm hier ein Image gegeben. Ja, Friedensnobelpreis, das ist was ganz Besonderes. Und so konnte er praktisch diese negativen Dinge ausüben, weil ja die Meinung der anderen, der Menschen, der Masse beeinflusst wurde, manipuliert wurde durch diesen Friedensnobelpreis. Und das ist natürlich die öffentliche Meinung, die öffentliche Manipulation, das ist ja das, womit die Gegenseite immer arbeitet. Und von daher ist es wichtig, ihr Lieben, hinzuhören, hinzufühlen, was gesagt wird. Und ich hatte auch in einem anderen Video gesagt, wir sind dabei, unsere Gefühle entwickeln sich in eine andere Richtung, sodass wir sofort und genau wissen, wenn etwas gesagt wird, was nicht stimmt. Ja, wir sind also da in der Vorbereitung auf die fünfte Dimension, weil dort weiß man sofort, wenn jemand lügt. Und es ist auch noch ein Grund, wenn man jetzt mal an die Kamala Harris denkt, warum wurde sie denn jetzt als Kandidatin für die Präsidentschaftswahl vorgeschlagen und nicht Michelle Obama, weil das wäre ja logischerweise das Naheliegendste gewesen. Sie ist einfach zu nah an Obama dran, weil das sollte ja geheim bleiben, dass es überhaupt tatsächlich hohe Priester gibt bei denen. Und wenn du dran denkst, was bei der Olympiade los war und wie sie da ihre krassen Rituale durchziehen, um die ganze Welt zu beeinflussen und eben unter ihre Fittiche zu kriegen, ist natürlich jetzt mit Kamala Harris die Aufmerksamkeit wieder weg von Obama und eben auf diese Kamala Harris gerichtet. Und das ist eben der Punkt, wie man hier die öffentliche Meinung laufend korrigiert, laufend manipuliert. Und der geheime Stratzieher Obama, der wird im Hintergrund alles weiter leiten. Ihr könnt natürlich eure Meinung, eure eigene Meinung zu diesem Thema haben. Und ich sage nicht, dass jetzt das alles stimmt, was ich sage. Ich sage auch gar nicht, dass ich recht haben möchte. Ich stelle das nur in den Raum, damit ihr wisst, was hier alles vor sich geht und dass ihr wisst, wie ihr euch wehren könnt. Und ich muss noch sagen, ich sage euch, wir können hier nicht alles sagen. Sonst wird es zu heikel fürs Marana. Aber wir sagen, dass was geht. Und das ist mir wichtig. Aufklärung ist sehr wichtig, denn dann durchschaust du das Feld. Dann durchschreitest du das Feld und es geht vorwärts. Und zusammen sind wir stark. Zusammen können wir ganz viel bewirken. Und es kommt jetzt die nächsten Monate darauf an, wie wir reagieren. Es ist äußerst wichtig. Und so möchte ich euch jetzt einladen zu unserer Meditation, wo wir uns stärken, wo wir das Licht noch größer und heller leuchten lassen werden und zusammen wirken als hohe Lichtarbeiter. Denn auch wir sind Priester und Priesterinnen des Friedens und des Lichtes. Das sollte man niemals vergessen. Und das ist der Blick auf die gute Seite, den wir auch immer werfen. Und so möchte ich dir noch sagen, es ist so schön, dass du hier bist, dass du dieses Video anschaust. Und es ist so schön, auch was ihr mir alle unter die Videos schreibt. Und dass wir zusammen so eine wundervolle Community sind. Da wollte ich euch schon lange mal Danke dafür sagen. Und ich freue mich auch auf alle, die zu meinem Seminar kommen. Dort werden wir sehr viel lernen, um es den Menschen leichter zu machen, in dieser Gesellschaft zu leben. So, jetzt sprühe ich mich noch ein, am besten mit dem Auraschutz. Das steht hier. Auraschutz ist so das Wichtigste in der aktuellen Zeit. Und Gedankenklarheit ist auch ganz wichtig. Denn wenn die Gedanken klar sind, dann kann dir niemand mehr was. Dann siehst du immer klar und deine Visionen bekommen Kraft. So, jetzt geht's gleich los. Liebe Menschen der Erde, Voller Liebe darf ich euch hier begrüßen. In dem Feld der Liebe und in dem Feld des Friedens. Denn die Engel sind bereits hier und sie haben dieses Feld für uns ausgedehnt und halten es die ganze Zeit. Und so darfst du gerne, so wie du bist, in dieses Feld hineinkommen. Du bist herzlich eingeladen, ein Teil von uns zu sein, ein Teil der Menschen, die Liebe und Licht und Frieden in sich tragen. Und wenn du jetzt in deinem Herzen diesen Impuls spürst, dazu zu kommen, dann wird deine Seele dich über die Linien der Zeit zu mir in dieses Feld tragen, dieses Feld der Liebe, was dich empfängt, bedingungslos und so annimmt, wie du bist. Denn du kommst hierher in deiner lichtvollen Gestalt. Und diese lichtvolle Gestalt ist das, was du in Wirklichkeit bist. Und so trägst du das Wissen über all deine Fähigkeiten. So trägst du das Wissen darüber, wer du in Wirklichkeit bist. Und hast so viel mehr Kraft als Mensch. Denn hier in diesem Bereich, auf dieser Dimension, bist du das Wesen, was du in Wirklichkeit bist, das Wesen des Lichtes, das hierher auf die Erde gekommen ist, um allen Menschen und der Erde zu helfen, aufzusteigen in die höheren Dimensionen. Und so spürst du jetzt in deinem Herzen und du weißt genau, dass es die Wahrheit ist, was hier gesprochen wird. Du bist willkommen und du bist gefragt. Denn deine Kraft ist die Kraft, auf die die Engel zählen, die Frieden und Licht auf die Erde bringt. Deine Kraft, deine Liebe, sie wird gebraucht, um andere Menschen zu unterstützen, die noch nicht so weit sind. Und davon wird es immer mehr geben. Denn die Zeit schreitet voran. Und sie schreitet so schnell voran, dass gehandelt werden muss. Und so spürst du auch die Dringlichkeit in deinem Herzen, etwas zu tun. Und so bitte ich dich jetzt, deine Aufmerksamkeit auf dein Herz zu legen, dein Herz auszudehnen mit dem Licht deiner Liebe. Und dann wirst du feststellen, wie du zu strahlen beginnst. Und wenn du mit deinem dritten Auge schaust, siehst du weitere Lichtarbeiter, die strahlen. Und vielleicht erkennst du sogar einige Bekannte als früheren Inkarnationen, denn sie alle haben sich jetzt hier versammelt. Sie alle sind hier, um dem Großen und Ganzen zu helfen und es mit der Liebe zu unterstützen. Und so lege deine Hände zusammen, beide Hände, sodass sie eine Mulde bilden und lass in dieser Mulde einen Energieball entstehen. Dieser Energieball trägt Liebe, Frieden, Wille und Licht und Heilung. Und so lass jetzt deine Liebe in diesen Energieball hineinfließen, lass ihn sich ausdehnen und wenn du das Gefühl hast, dass er genügend aufgefüllt ist mit diesen wundervollen Energien, dann lass ihn größer werden, so groß wie du möchtest und sende ihn zu Mutter Erde. Sende diesen Energieball überall auf die Erde, wo er gebraucht wird. Lass es einfach fließen, die Energie des Lichtes und der Liebe, sie fließt mit diesem Energieball überall dorthin, wo es wichtig ist, dass sie ist. Und so verweile noch ein wenig. Und wenn du magst, kannst du weitere Energiebälle entstehen lassen und einen nach den anderen auf die Erde schicken. Ich gebe dir einfach ein wenig Zeit für diese wundervolle Lichtarbeit. Du bist so wundervoll, dein Wirken ist so lichtvoll und voller Liebe getragen. Mutter Erde strahlt vor Freude und Dankbarkeit. Und so strahle auch du vor Dankbarkeit, was du heute mit deinen Lichtgeschwistern wirken durftest. Und bedanke dich bei deiner Seele für alles, was geschehen durfte, um dann langsam wieder in dein Hier und Jetzt zurückzukommen, Hände und Füße zu bewegen und wieder ganz im Hier und Jetzt zu sein. Du hast Großes vollbracht und alle Engel sind stolz auf dich. Ich danke dir, dass du heute hier warst. Und so lassen wir die Musik noch ein wenig spielen, damit sie nachklingt und du dich langsam verabschieden kannst. In tiefer Liebe, deine Monika Nirjana und du dich Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020